Moin! So, dann wollen wir uns mal mit den Dunkelelfen anlegen. Was ich immer nicht verstehe, ist warum dieser Blitzschlag überhaupt hier auftaucht. Es sind ja gar keine anderen Armeen da. Und was noch witziger ist, wenn ich den anhacke, dann habe ich sogar höhere Verluste. Keine Ahnung. Wo sind wir überhaupt? Okay, hier ist so eine Verengung. Vielleicht ist das gut. Wir schauen mal. So eine richtige Verengung ist das ja eigentlich auch nicht. Wir können ja schon von den Seiten kommen. So, erstmal die Spenster ist zusammen. Die Lightheimlies. Reiters. Die Lightheim-Supra. Möchte ich die an die Seite packen? Wer bist du denn? Ach, das sind die. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich stelle euch mal da hin. Die Spenster. Ah, die ist mal nicht ganz so breit, würde ich sagen. Ja, so. Pferdchen. Pferdchen. Pferdchen pack ich mal hier hin. Und einer hier hin, einer da hin, einer hier hin. Heiner bleibt dahinter. Du bleibst. Ja, du bleibst da. Ähm. Ja. Eigentlich will ich die Benji da nicht drin haben. Die nehmen wir wieder raus. Ne, ich sehe auch nicht so gut. Oh, Attacke. Ups. Oh, gut. Kommt immer hier hin. Dann machen wir da so ein bisschen Rabatz. Oh, die habe ich vergessen. Du kommst mit. Du kommst mit. Weiter. Geht mal da hinten hin. Geht mal da hinten hin. Hier. Weiter vor. Geht mal da vorne. Du, du gehst wieder da hin. Hier geht da hin. Hier geht da hin. Hier kämpft dort weiter. Pferdchen. Ein Pferdchen hier. Ein Pferdchen da. Ein Pferdchen hier. So. Hey, du sollst da rein, habe ich gesagt. So. Heiner ist hier. Grell, du darfst loslegen. Du übrigens auch. So. Zack. Heiner macht mal ein paar Zombies. Schau dir mal da hin. Guck mal da hin. So. Hier macht mal so ein bisschen Rabatz da mit dem Bogenschützen. Heiner. Wäre schön, wenn er jetzt noch mit reinkommt da. Und ein bisschen Gas. Wieso machst du das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich euch nicht anwählen? Das ist ja... richtig ätzend. Da macht ihn hier noch Platz da. Da geht es eigentlich allen gut, ne? Hier kann man ein bisschen Heilung gebrauchen. Hier kann man ein bisschen Heilung gebrauchen. Ich brauche da eigentlich nicht mehr hin, so. Ich brauche mal ein bisschen was. Verfolgt noch ein bisschen was, wenn ihr könnt. Ich brauche noch ein bisschen heulen. Das Ding hätte ich gerne noch zerstört. Und ich glaube eigentlich wie ein knapper Sieg sah das nicht aus. Mach mal noch ein bisschen. Kaputt hier alles. Kann ich noch irgendwas heilen? Meine Benji, wo ist die? Bist du die? Ganz grell, wo ist die Benji? Da hinten? Oh Gott, wo ist... Oder was auch immer. Ich glaube, das war's. So. Ja, also knapp war das nicht. Und von den Geschossschäden habe ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen. Nein! Das habe ich ja auch nicht mitbekommen. Ach nein, ey. Das... Die habe ich... Ich muss mir angewöhnen, diese Einheiten mehr im Auge zu behalten. Das habe ich ja... Schön verkackt. Scheiße. Ah, verdammt. Bitte, bitte, bitte. Oh, ein Glück. Gut, 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 gut. Immerhin sind die wieder da. Ja, ein bisschen mehr Angriff können wir jetzt mal machen. Sie ist an meiner... Stadt vorbeigerannt. Was hat sie denn da so? Wir bleiben mal hier beide da stehen. Wir bleiben mal beide da stehen. Kann sie sich noch bewegen? Nein. Ja, ein bisschen. Nein. Okay. Du kommst langsam bei Rozi an. Hm. Ich bin noch nicht ganz wach, ey. So, du bist jetzt da oben. Alles klar. Ja. Aber du raubst nur aus. Mhm. Mhm. Ich wollte gerade sagen. Was hast du eigentlich alles dabei, Kollege? Dingschredders. Mhm. Ganz schöne giftige Scheiße hier, ne? Naja, gut. Eigentlich ist es lustig, das zusammen mit Icke zu spielen, aber... Ähm... Da ist ja nun gar nichts. Ach, Grabaroma mag er, glaube ich. Nee, nee, noch nicht. Wo sind wir hier? Karagas. Hat Icke mir jetzt das Häuschen weggenommen? Ja, er macht immer wieder die gleiche Aktion, ne? Er haut immer wieder auf die gleiche Hütte drauf. Nimmt sie aber nicht ein. Er will immer nur kaputt machen. Das ist alles, was ihn interessiert. Noch ein bisschen mehr davon, noch ein bisschen mehr hiervon. Okay. Ausgehobt, ausgehobt, belagert. Krone. Kemri ruft die Götter. Zur Hilfe. Ist da Icke drin, oder ist das... Ach, ich hab gar nicht genug Geld. Okay. Ja. Fritz, du kannst mal direkt hier reinlatschen. Da haben wir das hinter uns. Hier ist jetzt Icke drin, ne? Ja. Nein. Machen wir jetzt nicht. Ich würde mir das nicht gefällt, dass du hier drin bist, ganz ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Die ist schon wieder gestiegen. Du bist schon wieder gestiegen. Ja, jetzt kriegst du erstmal deine Arcane-Kanalisierung. Können wir jetzt hier was holen, wegen der tollen Schlacht? Können wir jetzt noch einen hiervon holen, aber... Ich möchte lieber... Hm, oder sowas. Erst einmal. Erst einmal, erst einmal. Ah, ich möchte Mortis-Schreine haben. Äh, solange wir nichts anderes haben, nehmen wir wieder so einen. Okay. Hinterhalt ist nicht drin. Mach! Stell ich mal... Nicht ganz so weit. Stell ich mal hier hin, so. Er greift jetzt wahrscheinlich sowieso das da an. Oder? Boah, das wird so ein Dauermatch mit ihm hier, ne? Aber wir stellen uns ihm in den Weg, damit er nicht auf blöde Gedanken kommt. Ohohoho! Oha! Der hat einmal ne trainierte Truppe. Die besteht fast nur aus Dunkeldorn. Zwei Schatten. Ein paar Sperrlumpen. Also das ist aber ziemlich... Naja, ich will das nicht überheblich klingen, aber... Das sieht nicht schwer aus. Soll ich ihn angreifen? Kommt Throd dann in der nächsten Runde und haut mich sofort? Oder? Soll ich ihn angreifen? Ne, wir gehen nochmal kurz an Land, dann können wir ein bisschen regenerieren. Wenn, dann wäre ich gerne voll, wenn er da ist. Er wird sowieso nicht da an Land gehen, ne? Wird eher hier runterfahren. Hier hin. Aber was soll's. Okay, sie belagert jetzt doch. Dann muss Rambert hier hin. Und du kommst da hin. Wie weit kommst du ohne? Ja, auch nicht viel weiter. Aber sie belagert, ja. Moven. Hier wird auch belagert anscheinend. Dann haben wir jetzt kein Geld für gerade. Wir machen weiter. Mh, 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 mh. Ja, wie gesagt, macht keinen Sinn. Aber sie hat schon ganz schön Federn gelassen. Außer die Schatten, die haben sich rausgehalten. Die haben auch alle nicht mitgemacht anscheinend. Ja, er greift schon wieder an. Er greift immer an. Banner der Eile. Kann einer von den Pferden kriegen. So. Wo sind wir? Grasland. Wir sind wieder hier oben drauf, ne? Ja. Ich brauche auch so eine Vampöse. Die können nicht nur zaubern, sondern auch ziemlich gut kämpfen. Die würde gut zu ihr passen. Mal sehen, wie lang das hier mit Peter noch weitergeht. Ich glaube, der steht immer wieder auf, solange er Gebäude hat. Ich muss ihm die Gebäude wegnehmen, sonst werde ich die nicht los. Ja, wir könnten jetzt hier... Ach, wir kämpfen einfach in der Senke. Wie auch immer. Zack. 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 Wir stellen uns mal auf. Hier können wir nicht durch... Mhm, doch. Ein bisschen weiter hier rüber, würde ich sagen. So, haben wir ein bisschen Highground. Oder wir warten hier einfach. Ja, warum nicht? Hm. Ich stelle euch mal in den Wald. Hier gibt es wieder keine Vorholtaufstellung. Ihr bleibt da hinten. Hier kommt er wieder rein. Du hier. Schauen wir mal. Ne, ich glaube ihr bleibt einfach hier. Bleibt da so ein bisschen hier oben drauf. Das ist gut. Hier wird ein bisschen gesaugt. Nee, das ist zu schön. Lass mal. Kommt mal einfach an. Scheiß Pästchen, ja. Mach mal Radau hier. So, können wir jetzt langsam. Deine Zeit ist gekommen. Ja. 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 Ja, das klappt. Ja. 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 Was ist der da? Ist, ne? Du rennst nicht weg, Kollege. Ich habe auch schon ein paar Leute verloren, fürchte ich. Hugs, sie ist. Sie hat's. Guck mal kurz da rein. So, ihr müssen weg, ihr seid gleich tot. Guck mal hier, wo ihr ein bisschen Ruhe habt. Ah, er ist tot. Okay. Wer zaubert hier? Hier muss irgendwo die Vampirin sein erscheint. Was? Da. Das ging ziemlich schnell, so. Ja, war nicht so gut. Ich habe sogar beide Blutritter verloren. Heute ist ein Scheißtag, glaube ich. Heute ist ein ziemlich mieser Tag. Oh, ich habe sogar, ja, die zwei Hände habe ich auch noch verloren. Und Peter hat zwar alles verloren, aber das ist auch alles gleich wieder da. Scheiße. Kein guter Tag für Warhammer heute. Immerhin stehen sie alle wieder auf. Wo ist das jetzt? Das ist wieder Peter. Der kriecht auch nicht genug, ey. Der kriecht nicht genug. Jetzt nimmt er mir das Haus weg. Wer bist du? Und wie machst du denn Krieg? Nagarond. Murati. Flotte der Verdammten. Habe ich auch alles Krieg. Ja. Komm, wir beschützen uns alle hier. Weil wir uns alle so toll mögen. Boah, ist das ein scheiß Anfang hier. Kleinen Riktus. Okay. Verbotener Stab. Lauerer entdeckt. Ja, der lauert hier überall anscheinend. Der hat es auch nur ausgeraubt. Okay. Und er ist auch schon wieder der I do. Diesmal hau ich ihn weg gleich. Pass auf. Ähm. Lehmenschrecken. Lehmenschrecken. Meisterschlag. Sollst du noch irgendwas zaubern? Ne, du hast schon alles, was man zaubern kann. Kannst du auch schon, ne? Heldenaktion. 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 Führerschaft. Führerschaft bei Angriffen. Baukosten. Wir haben nicht mehr so viel, ne? Wir sind bei 48. Ich könnte dir jetzt noch mehr Angriffsbonus geben, aber ich glaube, ich habe genug. Wir werden uns die Führerschaft ein bisschen pushen, denn das ist gar nicht so unwichtig, ne? Wie sie ja schon mal erklärt hatten. So, das alte Spiel. Wir sind alle beim Alten. Keine Ahnung, wie du auf mich aufmerksam geworden bist, aber du hättest auch Bock auf sowas. Er ist nicht mehr ganz so begeistert wie vorher. Er ist allerdings richtig gut drauf hier. Trink mir das, irgendwas mit Virenschutzbündnis zu machen. In die Richtung zu gehen. Hättest du irgendwelche Einheiten, die ich interessant finde? Uschabtis und sowas. Tinker, Tinker. Nein. Mistress of the Undying Forest. Nein. Nein. Na, gosh. Ja, ja. Okay, da kommt schon der zweite Drache an. Jetzt müssen wir langsam Gas geben, sonst überrennt er uns hier gleich. Hau ihn einfach zu. Ich hab keinen Bock mehr. So. Ist er weg? Er ist weg. Er ist wirklich weg. Oh Gott, Peter ist weg. 1, 2, 3, 4, 5 mal müssten wir besiegen. Oder 6 mal. Ich weiß es nicht. Jetzt kannst du das einnehmen, bitte. Hier gibt's nichts. Interessantes. Ich hätte am liebsten gerne noch einen Mordes schreien. Solange ich den nicht habe, nehme ich dich. Oh nein, geht gar nicht. Ich mach Minus. Ich mach Minus. Hau mal wieder ab. Lass noch nicht. Geht vielleicht noch. Ähm. Generiertes Einkommen. Ja, machen wir. So. Oh, jetzt kommt er auch noch. Wo ist Malekus hin? Die wollen alle da rüber. Ach, ist das blöd. Geh mal da hin. Mach das mal und mach das mal und dann krieg ich wieder Geld. Die haut wieder ab. Kommst du da dran? Wahrscheinlich nicht. Doch, kommst du. Hau sie einfach weg. Komm. Was gibt's eigentlich für ihr? Heldenaktion. Heldenselbstverteidigung. Ist nicht so der Kracher, aber... Du kannst dir gleich beim nächsten Mal den Dingens holen. Hier gibt's Mortis Schreine. Du hast aber schon drei. Du kannst einen dritten gebrauchen. Ähm. Ich weiß aber nicht, was ich dir dafür wegnehmen soll. Aber außerdem jetzt gerade sowieso nicht. Und da... Hier war ich schon lange nicht mehr drin. So, was haben wir hier oben denn alles? Der hat da oben alles aus. Mentor. Uninteressant jetzt gerade. Verschleiß. Korruption. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Du bist sowieso mit allem durch hier, ne? Und sie schon wieder. Okay. Naja, sie hätte ja jetzt den Pedder endlich kaputt gehauen. Die hat noch ein Punkt. Ihr letzter Punkt. Ihr letzter Punkt. Kann sie nochmal mehr Führerschaft und bei Angriffen kriegen? Oder... Sie kriegt nochmal was auf Kämpfen. 51, 72. Ist echt cool. Sie kriegt nochmal einen auf Angriff. Tote erwecken. Brauch sie nicht. So, da ist sie durch, wa? Cool. Ne, 49 ist sie. Hat sie gleich noch. Kann sie noch voll machen. Alles klar. Boah, die ist weg. Wir haben ein bisschen Geld und dann machen wir ein bisschen Plus. Das ist gut. Mauer. Auf jeden. Mal gucken, was war hier. Was ist denn hier nochmal? Nochmal Fluchfürsten, Kontrolle, Rang des Kommandanten, mehr Fluchfürsten, mehr Korruption. Weniger Unterhalt für Fluchritter. Fluchritter habe ich ja gar nicht. Verfluchte habe ich aber. So. Ähm. Mehr Rang für Verfluchte. Und ein bisschen Garnision. Gar nicht schlecht. Gibt's auch Geld? Nee, Geld gibt's nicht. Aber das ist ja in Ordnung. Ich würde hier dann noch ein bisschen Geld dazu nehmen. Das ist also interessant. Jo. Und dann sind wir auch fertig. 35 Minuten. Völlig chaotischer Morgen. Ich bin irgendwie noch gar nicht richtig wach. Ich hätte gar nicht spielen sollen. Das kommt dabei raus. Zum Glück steht der ganze Rotz wieder auf, den wir verlieren. Oh ey, nein. Sonst wäre das echt bitter geworden. So, wir lassen das nochmal schnell durchlaufen. Oder wenn irgendwas Spannendes passiert, halten wir dann da an. Und dann machen wir im nächsten Mal weiter. Es passiert nichts. Verbündeter verbaut sich was hier. Wir sind jetzt dicker Seefahrer. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war spaßig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.